33-tägige Andacht für die ärmste Priesterseele, 29. Tag, zu Ehren der Wunde der rechten Hand, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Bann, zu Ehren der Wunde der linken Hand, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Bann, zu Ehren der Wunde des rechten Fußes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Bann, zu Ehren der Wunde des linken Fußes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Bann, Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Wästes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Maria, dein Sohn, der Liebte. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Maria, deine so sehr geliebte Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Maria, deine so sehr geliebte Braut. O Jesus, ich verberge die ärmste Priesterseele des Fekersfeuers in die Wunde deiner rechten Seite. O Maria, Schmerzensmutter, ich stelle mich unter deinen Schutz. Durch deine reinsten Hände opfere ich nun dem ewigen Vater 33 Mal das kostbare Blut Jesu auf für die ärmste und verlassenste Priesterseele des Fekersfeuers, die am meisten leidet und für die niemand betet. Bitte und flehe mit der ärmsten Priesterseele für mich zu Gott, damit mir bald Hilfe in meinem jetzigen Anliegen, Anliegen kann man nennen, gewährt war. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du wüsende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du wüsende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du wüsende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du wüsende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du wüsende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, böse der Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, böse der Priesterseele, erbitte mir. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, böse der Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, böse der Priesterseele, erbitte mir. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, böse der Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, böse der Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, böse der Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, böse der Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, böse der Priesterseele, erbitte mir. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, böse der Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, böse der Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, böse der Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, und die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, böse der Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, und die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, böse der Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, und die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, böse der Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, und die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, böse der Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, und die im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, böse der Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, dem im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, böse der Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, dem im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, böse der Priesterseele, erbitte mir. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, dem im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, dem im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, dem im Fekfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, erhöhung in meinem Anliegen. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb. Uns allen Deinen.